hallo liebe leute ich bin's euer mario großmeister heute zeige ich euch ein neues spiel ein neues switch spiel octopass traveller für die switch ein richtig gutes game haben wir hier ein retro game ist es das ist so an die alte zeit angelegt und ich habe hier die special edition die werde ich euch jetzt zeigen so eine richtig schöne verpackung richtig schön gemacht das spiel ist mehr so eine geschichte zweck ist es auch die packung aus auch wie so ein art buch das wichtig dass ihr euch das vorstellen könnt dieses ganze aufgemacht die special edition das sind jetzt auch ein paar inhalte dabei als allererstes haben wir hier mal das game an sich in dem spiel spielt man acht helden und jeder hat seine eigene geschichte und die finden sich im lauf des abenteuers die helden und dann kämpft man zusammen das böse und hier haben wir jetzt noch mal ein ähm eine karte praktisch die man bereist sie in der special edition noch dabei die sehr sehr hilfreich wenn man das spiel spielt und hier alles sieht das kann man alles bereiten im spiel es wird jetzt auch so unverfassbar groß der inhalt ist auch riesig im spiel also wirklich ein richtig gutes game und hier ist auch ein bisschen besonders an hier ist auch ein bisschen besonders an hier ist nicht so reines papier oder hier ist auch so reines die Münzen dabei ist. Zeigen wir euch jetzt. Die Münzen schwer. Sehr gut verarbeitet. Dann haben wir hier noch was besonderes. So ein 3D-Buch, wo noch dabei ist. Und aus den verschiedenen Szenen von den Charakteren die Szene praktisch nochmal als 3D-Modell. Nochmal dargestellt, sehr schön. Die Geschichte wird dann nochmal ein bisschen gezeigt. Sehr schön gemacht. Die Geschichte wird dann noch 두o weiterentwickelt. Ja, das war eigentlich die Special Edition. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder in der Schnellfassung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video von mir. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr es genauso cool findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.